Auf der Landstraße 13 zwischen Nienhusen und Ziesendorf im Landkreis Rostock hat sich am Donnerstag ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem Transporter ereignet. Gegen 15.30 Uhr kam es zu dem Unglück, bei dem der 50-jährige Lkw-Fahrer schwer verletzt wurde. Nach ersten Informationen kam der Anhänger des Transporters, der in Richtung Ziesendorf unterwegs war, aus bisher noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Baumwurzel. Diese wirkte wie ein Katapult und schleuderte den Anhänger nahezu senkrecht in die Luft. Der Anhänger schleuderte dem entgegenkommenden Lastwagen in das Führerhaus. Der 50-jährige Mann am Steuer verriss daraufhin das Lenkrad und kam mit seinem Laster nach rechts auf ein Feld ab. Der Mann wurde schwer verletzt, in seinem Führerhaus eingeklemmt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften eilte sofort zum Unfallort. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr errichteten eine Arbeitsbühne, um an den eingeklemmten Fahrer heranzukommen. Mit schwerer Technik, Schere und Spreizgerät, trennten die Feuerwehrleute zunächst die Fahrertür ab. Parallel dazu versorgte ein Notarzt den 50-Jährigen im Wrack. Erst nach rund einer Stunde gelang es den Helfern, den Mann schwer verletzt aus dem stark verformten Führerhaus zu retten und in einen Rettungswagen zu tragen. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des verursachenden Transporters erlitt einen Schock. Die Landstraße 13 blieb in dem Abschnitt zeitweise voll gesperrt. Eine Stunde gelang es den 7-Jährigen in die Rettungswagen zu retten. Die Die Landstraße 13 blieb in dem Abschnitt sind 100-Jährigen in die Luftgeierlinn. Vielen Dank.